ich glaube wir müssen die tasche höher ja müssen wir auch dann muss man nicht rüber erst mal alles abchecken hier hier oben ach guck mal oh geil 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 jawoll du springst rüber und ich schieße in dem moment den typen voll ab ist doch geil wow ein arm mega jau hieß das hier uns auch noch direkt runter alter ey ihr hässigen ja macht ihn doch mal platt ja die nicht du ich meine die da unsere kris die machen nix ja jetzt alter alter fighter und du bist auch voll unterm auto der hat mich auch voll runter gekickt du hast gesagt ein armiger ich drehe mich um hat er mich sofort umgenockt jetzt kann ich nichts machen das kann ich nur beobachten wieso ach bist du tot ja klar der hat mich komplett runter geboxt danke das ist mal bei mir geklaut ne kann man dich nicht wiederbeleben nein mit dem defi ja aber wir haben nichts vor er lauft einfach weiter es gibt doch diese komische wombs da kann man manchmal auch einen wiederholen ja ja ich beobachte dich jetzt ja toll jetzt heißt es wieder nach oben rennen ja dank dem char-char aber wir haben auch kein defi unterwegs gefunden gehabt ne ne ich weiß boah ey ich seh's ja guck dir mal das wetter mit einmal an ey ich guck doch drauf char-char schon wieder ja keine ahnung boah ey lauft zumindest weiter lauf 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 das denn für ein sturm und ich muss natürlich auf die beiden warten echt ey boah ey boah ey das ist voll die schnarchtüte die zielt schon auf irgendwas na siehst du char-char da siehst du da drüben bin ich warte jetzt auf mich dass du auch drauf gehst hä womit hä wo komm ich nicht aus dem pot draus guck jetzt ist die rochelle auch schon down wo lieber rochelle wieder ja wo ist sie denn da hinten mach mach musst du rechte maustaste drücken dann kannst du die auch schlagen die zombies ja ich weiß ja ja halt die alte mal okay alle der kommt nicht aus dem tixi raus oder was muss ich raus rühe wahrscheinlich ah ah guten tag jetzt hab ich mir natürlich keine waffen egal im tixi-klo boah was Alter, Nick, ey, du bist doch ein Spasti, ohne Witz. Wieso? Ballert der erstmal auf mich wieder drauf. Wir müssen da drüben lang, ne? Ja, ich will aber gleich mal hier gucken, hier, hier, ob hier irgendwas ist. Ja, da drüben war doch noch was drin. Ey, ich hole mir mal eben drüben noch eine Waffe weg. Nach oben laufen musst du dann wieder. Ja, ich glaube, da oben lag ja noch eine Waffe. Weil nur mit einer Pistole komme ich nicht weit. Komm mal mit. Weil da kommen die beiden wenigstens auch mit. Nö. Ich bin die. So, ich habe. Was war jetzt eigentlich besser von den beiden? Ist eigentlich egal. So, noch was? Nö. Warte doch mal auf uns. Ich hatte ja auch einen Bus. Weiter sind wir auch nicht gelaufen. Nö. Das ist die Musik, ey. Nö. Du mal still. Da kommt er. Da kam er. Boah, nein. Dieses Dreckswetter, ne? Jetzt müssen wir noch näher zusammenbleiben. Ach, guck mal da. Jawoll. Boah, ach, da kommen wir hin. Na, einfach mal alle wegballern. Bam, bam, bam. Nochmal schnell nachladen. Das. Na, dann weiter. Boah, ich glaube, wir müssen lang denn hier weiter hier rüber oder was? Guck mal, hier liegt was. Was soll? Ja, ich habe alles. Ja, ich konnte auch nichts davon nehmen. Dieses Wetter, ne? Boah, ey. Und ich warte, bis sie hinkommen. Naja, egal. Hi, komm, komm. Ich habe das Radio eingeschaltet. Ach so. Hau. Voll geschützt von Rückstellungen. Mal wieder. Die alte, die räumt ja alles auf. Wow, schatze. Und ich schon wieder. Autsch. Warum immer wieder Nick, ey? Mal so nicht. Boah. Ich habe noch kaum Munition. Und ich habe kaum noch Lee. Ich komme von hinten. Was? Aber es geht ja, das ist ja nichts. Autsch, Rutschel, du dumme Kuh. Ich brauche Heilung, aber keiner hat mehr was. Nee. Kommt ihr beide jetzt? Boah. Ich kann kaum noch schnell laufen. Guck mal, da kommt was. Dann habe ich schon gesehen. Ist wieder weggerannt. Jawoll. Endlich mal. Was haben wir denn hier drin? Ohne Kiste. Jawoll, Rohrbomben. Ich werfe schon mal eine. Ja. Einmal genug hier. Wow. Wo kamt ihr denn mit einmal her? Weiß ich nicht. Alter, die Alte nennt es doch nicht wahr, dass sie das immer wegrotzen kann. Ich habe keine Ahnung. Also warte mal, ich kann die anderen dann liegen geben. Äh, Safe Boom schon? Ja. Sagt er ja gerade. Ja, Schatz rum. Cool. Dann lasst es rein. Ja, schnell rein. Schnell, 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 schnell. Boah. Ja, Nick. Komm rein. Wow. Ja. Boah, warum macht Nick ein Gefühl, der auch ist das dämlich? Da war der Beistand. Oh, das hat ein Klon gewesen, ey. Oh. Oh, eine Hüte. Hey, ich bin auf dem Letzten. Oh, ich bin auf dem Letzten. Tank, Tank, schlechter. Na, scheiß Tank, ey. Ja, ich wollte auf 2 Mal vorher ausgenutzt von den Highways. Superkiller. Yeah, 3. Warte mal hin. Die meist besonders Infizierten.